Ein weiteres Spiel, vielleicht sollte ich mir ran abbannen, ich weiß nicht, irgendwie sowas in die Richtung. Was ist das denn? HOD Asia Championship. Ups. 5 Sekunden zu wählen. 5 Sekunden bleibt. Irgendwie habe ich das mal anguckt hier, wir haben nur Curry und ein bisschen Support. Irgendwie ist das viel zu viel. Okay. I am... Punkt. Ja. 10 Sekunden zu wählen. 5 Sekunden zu wählen. Okay. Batsch, ein Support. Okay. Shadow. Okay. Palsches Sniper. Okay, wenn ein Sniper in der Mitte ist. Gegen Invoker. Jetzt hat Shadow schon mal ziemlich schnell gepickt. Rubik ist natürlich... Hm. Wenn Rubik mir das Netz klauen würde. Hm. Okay. 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 Kann man mal. Ricky und Platzika ist natürlich eine Shit-Kombi. Tatsächlich. Hm. Rubiks. Es wird schwer. Ja. Gut. Der kann Random picken und der kann Invoker spielen. Ähm. Ähm. Tja. Ähm. Ähm. Hm-hm. Mother of all evil. Setze ich mal solide 100. Wird ja jetzt nicht so... Patch 250. Okay. Hm. Mal gucken, wie's läuft. Ähm. Smooth as silk. Hm. Yes, indeed. Mother comes. Ähm. 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 Vergiss es. 30 Sekunden bis Digital Sports. Wir können entweder nur hoffen, dass er ein Idiot ist, oder dass er... Skittering. War da ein Twitch auf meinem Web? Shackles. Okay. Ja. Das ist gut. Tidehunter, Bloodseeker. Death, 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 death... Wow. Meinen und Mr. Trudys kommt an den. Nein. Das wird in Handции gegeben sein. Hm. Spiderbat. Okay, hier haben wir. Was ist denn halt noch? Ich. Okay. Okay, das kommt vor. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal einen Support dabei, der das Ganze... Wer weiß, dass ich meine Webseite schreibe? Ja! Meine Hälfte sind auf jeden Fall. Angriff! Tidehunter Singer Ja, ich hab noch nichts, was mir entgegenschleudern kann Jetzt könnte ich Ja, nein, 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 das kann sie kippen Die Mutter kommt Das war der Falsche. Nicht so gut. Das war definitiv der Falsche, den ich da angepeilt habe. Moment, wo ist eigentlich Rekki? Rekki, Lila, nirgends. Zu sehen, der könnte hier die ganze Zeit rumrennen. Ja, bis zu sehen. So, mal kann ich leben. Das einzige Problem ist, ich komme nicht weiter zurück. Ich kann nicht weiter zurückgehen. Also. Ja, das ist doch. Schon mal gut. So, jetzt bekomme ich schon mal ansatzweise Farm. Ich springe da jedes Mal eine ganze Menge Malt auf. Nur um die mal kurz festzuhalten. Das ist nicht schlecht. Das ist natürlich vorsichtig. Das ist das Problem. Jetzt hat er uns erstmal die Mana Regan gecancelt. Meine Spinnen sind noch nicht stark. Ich bin später mit meiner Ulti zusammen. Liebend gerne. Aber. So, ich bin nicht so, habe ich schon jetzt. Drei Stück. Ich habe es nochmal hier drum herum was zu legen. Für Verfolgung. Achso, die fehlt hier auch. Zumindest nach meiner Auffassung. Ähm... Nur um ihn zu ärgern. Ja. Attack. Ich habe da meine Lane, die kann man nicht gefallen lassen. A second line. Okay. Ein bisschen Mana-Riggen dazu. Jetzt kann ich die natürlich nicht blocken, das würde dir auffallen. Ähm... Portion's changed. My palpes are on the tingle. Ähm... The Silk Road beckons... Ähm... Ähm... Dang it. Das ist auch gar nicht hin. Schauen. Schauen. 250 Schaden. Das ist gar nicht so ohne, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Radiant Structures are fortified. Shit. Ich hab kein Backup. Stört mich ein bisschen. Ohne Backup bin ich ein bisschen geliefert. Okay, Shadow ist wieder da. Oh shit. Mama Probleme. Das gibt's doch nicht. Yes. Yes. Yes indeed. Okay, jetzt fällt mir hier mitten drinnen ein Netz, aber so weit zurück gehe ich ja oft gar nicht. Oh, das ist sehr schön. Oh, das ist sehr schön. Oh, das ist sehr schön. Oh. 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 Das ist nicht in der Moment. Mh, Shit. Das war's wert. Nehme ich doch mal an. Wenn wir jetzt nur damit gewinnen würden, weißt du? Aber ein einzigen Kill war der Shadow Shaman. Das ist... Wow. Wow. Ich meine, im Gegenteil läuft's eigentlich nicht schlecht. Ach so. Skittering. Ja. Yes. Puncture. Ha 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 ha. Ist das ein Twitch-O-Mobile? Yes. Und Bloodsticker sieht mich. Hat mich gesehen. Und Bloodsticker sieht mich. Was ist raus da? Was ist raus da? Okay. 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 Ah. Shadow. Ähm. What the heck? Ist das jetzt ein Ernst? Das... Ich brauche nicht. Ich brauche nicht. Ich brauche nicht die Ich brauche. Okay, das war alles, was ich kann. Das ist echt tricky hier, ich kann schwerlich was unternehmen, ohne dass hier irgendwas passiert sind mein Nachteil, ich muss eben echt vorsichtig sein, was jetzt hier. Was Pushen angeht, ich bin natürlich praktisch instinkt unsichtbar, aber Titan mit seinem Anker ist natürlich auch wieder überlegen. So, Titan war jetzt gerade mal nicht da. Das ist gut. Wenn ich die mal hier gegen, wenn ich die mal aufstellen kann. Scheiße, alle hinüber. Das war natürlich nicht, nicht gut. Das war nicht gut und auch nicht der Plan. Ich müsste mir eine andere Länge suchen, aber... So, eigentlich müsste ich jetzt mal geschlossen angreifen. Um das hinzubekommen. Mein Tite hat zwar einen Blink, aber so viel. Okay, das hat sich mit dem Donnernetz aufgelöst. Was ist das mit dem Donnernetz aufgelöst? Was ist das mit dem Donnernetz aufgelöst? Was ist das mit dem Donnernetz aufgelöst? Ja. Ah, es hat sich da hinten eins aufgelöst. Okay, das ist vertretbar. Zeit springt hier immer noch rum. Ja. Ja. Legs zu spätbrowschen. Mother cunt. Hm. Ich werde jetzt mal einen Neustruf anspinnen. Ich muss einfach stärker sein. Shit, 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 shit. Okay, ich bin mit allen weggekommen. Gut, dass ich hier Netze gelegt habe. No, da sind links nicht nur mal noch zusammen. Sei es, was ist es? Isst du für Andrew? Nein. So. Vielleicht. Boah, da ist ein Sentry. Ich kann kotzen. Oder ich würde vermuten, dass er ein Sentry ist. Ich weiß es jetzt natürlich nicht. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Hmm. Ja. Ja. Oh, dang it. Oh, drei gleich von denen erwischt. Das ist ja gut, dass ich das gerade umgelegt hatte. Ricky und Invoker sind noch da. Aber das wird auch nicht lange. Ja. Oh, sehr schön. Gott, wie viel das einfach nur sind. Oh. Oha. Keine Chance. Der geschlossene Angriff ist schon echt heavy. Ja. Wenn ich den... Oh. Ich stöcke meine Beine. Ich stöcke meine Beine. Oh, meine Beine. Ich stöcke meine Beine. So. Okay. V. Auf ihn. Ulti. Ihn silencen. Meine Ulti. Noch mal ein Dings draufhauen. Äh. Okay. Am Beine. Bei oben. Mhm. So. Erstmal dann... Linksklick, Rechtsklick. Das wird jetzt gleich was werden. Linksklick, Rechtsklick, dass alle Spinnen angreifen können. So. Hm. Mist. Ich hab weggeklickt. Das hätte so gut geklappt, hätten die Spinnen alle direkt mit angegriffen. DANG IT. DANG IT. DANG IT. DANG IT. DANG IT. Aber ich glaub, die wussten was los ist. Da waren zu viele da, als dass es... nicht irgendwo hier hätte ein Wort. Ja. Ähm. Es war einfach zu total, was die da abgeliefert haben, dass ich da... keine Chance hatte. Zeit, um die Gefahr zurückzuholen. Was? Giuseppe? Was ist das jetzt? Wie soll ein italienischer Name? Das war ja immer. Das war ja auch immer. Da ist er. DANG IT. In my legs. Ah. So. The Silk Road beckons. Top tower under siege. Rubix is torch. Entangled. Your top tower is under attack. Smooth as silk. I know we will. I advance. Yes. Okay. Soll er sich da doch mal ruhig austoben? Wow. Shit. Yes. 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 Mist, ich glaube, ich muss mich mal auf eine andere Lane verlegen. Mitte. Ich weiß nicht. Das ist einfach... In der Mitte gehen die meisten Fights. Da müsste ich eigentlich mal mit rein. Oh, Scheiße. Bisschen spät dran, ne? Scheiße. 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 Okay. Das ist natürlich die Frage, haben sie hier irgendwelche Wards gestellt? Hallo? Ach, verdammt. Wenn ich noch mehr farmen könnte, würde ich mir eine verdammte Radiance holen. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Scheiße. Weil du mit den Scheiß-Bilds da dran bist, weißt du? Hm. Oh. Ah. 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 Wahnsinn, den habe ich nicht gesehen oder was? Da muss ich mal einen Moment. Okay. Wir haben keine Vision. Nicht. Das ist echt ein Problem. Das ist echt ein Problem. Childhunter. Da komme ich nicht mehr hin. Scheiße. Das war so knapp. Das war einfach so knapp, verdammt. Das war so knapp. Das war so knapp. Das ist mir jetzt wurscht, ob ich da. Wow. Muss das jetzt sein? Scheiße. Okay, dann ist man Verscheißen noch mal knapp Hm Okay, jetzt bin ich nicht mehr sichtbar Aber sie haben es trotzdem geschafft God dang it Langsam ist das echt ärgerlich Plus 70 Angriffstempo, das wäre so der Punkt Mit Level 20, wo ich dann tatsächlich irgendwas machen könnte Mit Ulti reingehen und so ein Scheiß Hier ist eigentlich ein Rocker Ich würde sie nur unterbrochen Ah shit, was ja okay Das ist ja überhaupt kein Spaß Nicht gegen alle Ich kann nichts machen Ich kann nichts machen Ja gut, das hätte ich noch Nur um sie zu ärgern, finde ich Ja gut Ja gut Ich werde deine Augen schrecken, um zu sehen Ja gut Ich werde mich nicht mehr 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 Ja gut Das ist echt ein Problem im Moment. Selbst wenn ich irgendwo rankommen würde. Das ist ausgerechnet das Ding abgehauen. Oh mein Gott! Säger. Wow, shit. Ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Ich dachte, der Sniper könnte das Ganze ein bisschen besser verteidigen. Am Anfang sah es ja jetzt auch gar nicht so schlecht aus. Nur jetzt? Boah. Ich hab schon wieder gewonnen, das ist einfach... Ich könnte... Nein! Okay, das war jetzt mein Fehler, aber... Okay... Okay... Der Moment hat sich das nicht gerechnet. Holy shit! Ist das nicht gerechnet. Ich stecke die Gremge! Ich stecke wieder in dein Leben, Frag. Ich werde noch nicht gerechnet. Ich bin da drin. Ich wurde dasadora aus dem Der Arm. Ich werde das für euch. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Jungen, jungen, jungen. Haben wir auch nur gekriegt wegen Solarcarrie. Also. Das war schon. Naja. Ich kann nicht so viel Shit entwaffnen, wie ich will. Es klappt einfach nicht. So viel Rüstung entfernen, so viel Schaden. Bestärkung drauf hauen. Es wird einfach. Normalerweise hätte das funktionieren müssen. Aber. Gut, Walker kommt ja erstmal nicht raus. Jetzt laufen wir zur theoretischen Hochform auf, aber wir können einfach nichts mehr machen. Da wir eben schon so in der Base drinstehen, das ist einfach zu ärgerlich. Und er hatte zwischendurch mal die Spinnen geklaut. Das war ja nur eine Frage der Zeit. Das war ja nur eine Frage der Zeit. Nur eine Frage der Zeit. Ich hasse es. Die haben den Battle Cup gewonnen. So ein Mist. Hätte ich dabei sein können. Eventuell. Nicht mit Brat Mother. Okay. Auf ein neues. Ja. 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 Ja? Das war ja. Ja.